Musik Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Feldexkursion. Wie hoch sollte eigentlich der pH-Wert eines Sandbodens oder eines Tonbodens sein? Die optimalen pH-Werte schwanken je nach Bodenart bei einer organischen Substanz unter 4% zwischen 5,3 oder 5,2 und 7,3. Und dazwischen liegen Welten, denn der pH-Wert ist der negative dekadische Logarithmus, also 10er Logarithmus der Wasserstoff-Ionen-Konzentration. Ziel ist es, den optimalen pH-Wert Ihres Bodens anzustreben, sodass dann wirklich auch das Pflanzenwachstum gewährleistet ist und die Bodenstruktur, also die Fluffigkeit des Bodens, top ist. Nicht nur allein Kalzium beeinflusst den pH-Wert, aber Sie können mit einer Menge Kalk, also Kalzium, den pH-Wert relativ schnell nach oben bringen. Schnell ist so dahingesagt, denn die Reaktivität und Wirkungsgeschwindigkeit hängt ganz stark von der Kalkart ab. Brandkalk oder auch Löschkalk sind relativ schnell reaktiv innerhalb von Monaten. Dagegen brauchen Kohlensauerkalke, Kreidekalke oder auch Magnesiummergel recht lange, 4 bis 7 Jahre, bis sie dann richtig zum Wirken kommen. Dafür sind sie aber nachhaltig. Die Reaktivität hängt auch ganz stark von der Korngröße des Kalkes ab. Er sollte schon fast mehlartig weich sein, sodass er dann auch wirklich schnell reaktiv werden kann. Außerdem achten Sie bei magnesiumhaltigen Kalken darauf, dass auch magnesiumbasisch wirkt und rechnen das an. Haben Sie Sandboden? Ja, Sandböden sind typisch für niedrige pH-Werte und ein geringes Puffervermögen. Da sollten Sie maximal 1500 Kilogramm CaO pro Jahr ausbringen. Es ist dort besser, regelmäßig kleinere Mengen Kalk auszubringen, weil besonders eben auch durch höhere Winterniederschläge Kalzium ausgewaschen werden kann. Zum Ende hin stellt sich die Frage, wann sollte die Erhaltungskalkung durchgeführt werden? Ja, wenn Ihr pH-Wert des Bodens in Ordnung ist und nicht Not am Mann ist, dann reicht es aus, wenn Sie den Kalk zur Getreidevorfrucht vor der Blattfrucht ausbringen, sodass dann genügend Zeit ist und der Kalk dann zur Blattfrucht wirken kann. Haben Sie Fragen zu Kalk, Kalkung oder auch generell zur Grunddüngerplanung, dann rufen Sie uns doch einfach an. Gerne können wir dann gemeinsam eine Planung erstellen. Ansonsten wünsche ich Ihnen noch erfolgreiche Erntetage und wir sehen uns spätestens nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin. Tschüss!